Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ProCam und Server Edition. Im letzten Fall hatten wir vorbereitet und getroffen für den nächsten ARN-Accounts. Ich habe die Bildung über und die letzten ARN an. Ich habe noch ein bisschen trainiert. Alle sind in den Level 36 und haben sich voll weit entwickelt. Bis auf Ebene ist immer noch, aber das ist in Ordnung. Ich glaube, es war jetzt ein starkes System und ich denke mal, damit sollten wir zurecht kommen. Also hier werden wir jetzt mal in die erste ARN-Accounts heute. Wir hatten uns auf jeden Fall heute zwei da reden. Ich denke mal, das sollten wir heute probieren und kriegen. Und ja, ich denke mal, dass wir die ARN-Accounts alleine reden können. Und Toto Kool die nächste ARN-Accounts. Boah. Warte, leider ist sie eigentlich. Das bedeutet, dass wir die ARN-Accounts beraten sind. Oh. Da müssen wir noch mehr. Okay, also das ist es jetzt. Ja. So. So, we can move them in the form. Oh, und koppel-chickladen. I will be right to it. Okay. We will be right up after the draft. So, we will be right up after the draft. Ja, Baku wird sich damit nicht so gut, wenn es langsam am Besatz wird. Leiter Abend wurde gesehen und das war auch der erste und relativ kurze Arena-Camp. Wir sehen uns jetzt offiziell fast ausprobiert haben. Morgen Nummer 5, Eichhap, das ist das Fassort zurück. Das ist ein Fassort. Das ist ein Ding, es geht auch in die Fassort. Außerdem können deine Bogenbogen auch ausarbeiten. Hier, der macht nichts. So ist es eigentlich nicht mehr, aber wenn er es zufällig ist. Ja, gut, das nehmen wir gerne ab. Was ist mehr Möglichkeit, um hier abzukommen? Das wollte ich eigentlich achten. Ja, wenn du ein Fassort hast. Soll ich dir zu den Fassort in die Welt bauen gehen? Wenn du ein Fassort hast, du kannst ja sofort den Video schicken, den du bereits besucht hast. Ich meine, man hat viel nicht verloren. Aber man muss ja einfach viel. Das ist immer gut. Ich habe die Zeit immer noch Steck angesetzt. Wow, das ist los in den Fassort. Und wir lernen mal die Linksstellung. Dann können wir nach Oligiana City gehen, wo wir uns rechtwirrn nach dem Arena Kampf nicht stellen werden. Ich würde mich schon bereit dafür arbeiten, was ich bereit bin, dass Sonneproße eingehen sollte. Danke für deine Hilfe bei den Meistern. Ich kann auch nur mit dem Vorfeld schicken. Hier ist mir, meine Arenaleiter. Ich bin zu spartierbar. Von diesem Typ schon gehört? Ich will erst so kurz in deinem Tag beginnen. Ja. ja deswegen möchte ich Star Wars ansetzen äh ich kenne mal das Team mit klein mit einer Attacke sonst könnten wir auch Probleme kriegen nur das ist doch so für eine Problematik ich glaube gerne würden das trotzdem noch gekriegen das war ein Falltreffer den habe ich nicht erwartet aber den nehme ich gerne so an und meine Tüten noch mal ein Zusammenrad und das Volkwerk hat den Kampf nicht mehr ansonsten ja und damit haben wir auch Nummer 6 bekommen also das war so reagiert ja es ja ich ja das ja ja das ist immer gut . Das ist Eisenzeit, ja schon, äh, okay, wir können jetzt weiter, aber bevor wir weitergehen Wenn ich mich vom nächsten Tag erinnere, würde ich noch ein paar was mehr erledigen wollen Wir hatten ein paar Sachen, die vorher noch machen möchten Ich darf nur, seit dem Pokemon, sag, hier, in der ... Wir hatten einen guten Blick, den wir mal haben, wenn wir ein paar ... oder ein paar Sachen machen möchten, und wir haben eine neue ... oder ein paar Sachen gemacht, wir sind immer noch diese ... oder ein paar Sachen gemacht, aber wir sagen auch, was wir sind ... oder? Oh ja, was wir? Wir sind hier, was wir sind ... oder? Oh ja, was wir sind, was wir sind Ja, äh, lebe ich sehen. Hörst du aber trotzdem mal die Evo die an? Weil die Evo die bisschen kämpft, weißt du? Ja, hallo, and ich sehr durch. Komm, ich leite den Punktmacher. Ich bin älter und besser dabei im Aufbau, Bruder. Ich bin älter und besser dabei im Aufbau. Äh, bin im Evo die. So wie sie besitzt? Das ist ein freundlich, ehrlich. Okay. Was hat die Augen zu sagen? Das ist aber der Telefon, wenn sie nicht mehr. Ja, äh. Ich bekomme noch die Münze drauf. Ja, die Evo kommen gerade aus dem Kopf. Nein, wie stark sie sind. Okay. Okay. So wie sie haben reicht das ja drauf. Und irgendwie wo die dann weiter sind. Wir können sie auch noch. Ja. 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 Okay. Okay. Wenn man möchte kämpfen und schicken Slime an den Kopf. Wie kann man so ein Slime-Modeln? Das ist das gerne mal. Ja. 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 Jemand war oben wirklich download. Wow. Ja. Da gibt es noch 1.0. Da gibt es noch 1.0. Da gibt es noch 1.0. Denkstrand, 2,0. Ja, da kann man jetzt keine Ausfallung geben. Ja, da kann man jetzt keine Ausfallung geben. Ja, da kann man jetzt keine Ausfallung geben. Ja, da können wir wieder. Ja. 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 Ist das a Spurge? Ah, die Rechtschreibung. Ok, ja, gut. Darauf achtet noch keiner, oder? Wie geil ist das das Linkbild? Ja. Frage Nummer 3. Nein. Nein. Wollte gut, war ich hier. Dann kann man doch keine Telematikieren? Ja. Kannst du eigentlich gucken? Man kann es halt im Sender. Mit meiner Mikromoderatur in der Sendung? Nein. Tingo, richtig gut. Hier hast du deinen Preis im Magnal-Radio-Budel. Na gut, das war das Erledigt. Hier ist noch ein… Ich muss mich nur noch einen Wohnzimmer in den Akzept. Daher ist natürlich ein... Ich muss mich auf die Beineggeführung hervorrugem. Und ich muss mich always vers daneben, eine Abwechung mit dem Valleionsdaten. Ich muss mich auf die Beineggebe, nicht nur ein bisschen weg. Gratini, sehr schön, das ist etwas, was ich hier noch haben möchte. Ich glaube, jetzt mal... Okay, dann müssen wir Pokémon erstmal ablegen. Da ist ein Zeichenmodel bei mir an der Stelle. Okay. 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 Vielen Dank. 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 Super. So. Ja.